Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute mal mit einem absoluten Kracher. Denn ich möchte euch das aktuell beste Tool für Amazon Seller vorstellen. Egal ob du Bücher über Amazon KDP verkaufst, Produkte über Amazon FBA oder T-Shirts über Amazon MBA, dieses Tool wird deine kompletten Prozesse revolutionieren. Es ist extrem hilfreich in der Nischenrecherche, du kannst deine Konkurrenz perfekt analysieren, du kannst astreine Keyword-Recherchen durchführen, du kannst deine Ads optimieren und du kannst sogar Konkurrenten ausspähen. Also es ist wirklich richtig, richtig krass. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, manche Funktionen von Helium 10 sind absolut kostenlos, manche wiederum sind nur in der Pro-Version erhalten, aber ich sag mal so, wenn du das Ganze nicht nur als Hobby betreiben willst, sondern wirklich nachhaltig dir ein Online-Business aufbauen möchtest, dann ist es diese Investition absolut wert. Noch eine gute Nachricht an dieser Stelle, ich habe vor ein paar Wochen mit den Leuten von Helium 10 geskypt und einen richtig coolen Deal für euch ausgehandelt. Und zwar bekommt ihr 50% Rabatt auf den ersten Monat mit dem Rabattcode Nomad Publishing 50 oder ihr sagt, okay, ich will das Ganze jetzt langfristig nutzen, dann verwendet einfach Nomad Publishing 10 und ihr bekommt 10% Lifetime. Gut, ich möchte gar nicht so viel rumlabern, sondern euch einfach mal die Funktionalität des Tools vorstellen. Daher logge ich mich mal direkt hier ein und dann werdet ihr auch gleich sehen, es ist eher eine Plattform als ein einzelnes Tool, denn es umfasst insgesamt 12 Tools für alle Bereiche plus eine Browser-Extension, die ich euch direkt jetzt mal zeigen möchte. Die findet ihr hier oben und die könnt ihr hier oben deaktivieren und aktivieren. Und alleine diese Browser-Extension, für die ihr nichts bezahlen müsst, ist schon mindestens genauso gut wie die von Jungle Scout, für die man bezahlen muss. Und ich zeige euch mal einfach, wie das Ganze funktioniert. Ich gebe hier einfach mal ein Keyword ein, zum Beispiel passives Einkommen und dann seht ihr schon nach einigen Sekunden, dass dieses Tool arbeitet und uns direkt Daten der einzelnen Listings gibt, was für ein Sales Rank das Ganze hat, in welchen Kategorien das ist. Wir sehen hier auch die A-Sinn. Wir können uns hier auch verschiedene Statistiken aufrufen und so weiter. Der Nachteil daran ist, das bremst irgendwie den Browser immer so ein bisschen aus, ist zumindest bei mir der Fall. Ich habe jetzt nicht wirklich einen leistungsschwachen Rechner, aber ja, es ist relativ langsam, aber das ist bei all diesen Tools so. Das hatte ich auch bei AMC Seller Browser. Jetzt zeige ich euch mal hier den sogenannten X-Ray. Der X-Ray ist quasi das Äquivalent zur Jungle Scout Extension. Auch der braucht ein paar Sekunden, er sich die ganzen Daten hier gesammelt hat. Und dann seht ihr auch schon, wie schön das Ganze aufbereitet ist. Wir haben direkt auf einen Blick alle Bücher, die für dieses Keyword ranken. Wir haben hier Angaben zum Umsatz, zum Bestseller-Rank, zum Bewertungsdurchschnitt, wie viele Bewertungen das Ganze hat. Gerade für Amazon FBA-Seller haben wir auch noch die Gebühren drin. Wir haben den Preis drin und so weiter. Also mega cool. Wir können hier auch anschauen, wie die Sales sich so im Zeitverlauf verändert haben. 90 Tage, ein Jahr, All-Time. Wir haben hier auch eine Trendlinie eingezeichnet. Und das Gleiche können wir auch mit dem Bestseller-Rank machen. Also gerade wenn ihr schauen wollt, okay, gibt es etwaige Saisonalitäten in dieser Nische, dann sehen wir auch hier, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Und können dann zum Beispiel in der Nischenrecherche Rückschlüsse auf diese Nische ziehen. Das Ganze können wir auch exportieren. Wir können Screenshots machen. Wir können uns das Ganze merken und so weiter. Also mega cool dafür, dass es for free ist. Was können wir jetzt hier noch machen mit dem Tool? Wir können auch einfach mal auf ein Listing raufklicken. Und dann öffnet sich auf diesem Listing etwas weiter unten ein Helium-10-Bereich. Ich zeige euch das mal. Braucht manchmal ein paar Sekunden, um zu laden. Und auch hier haben wir wieder grafische Auswertungen drin. Wir können hier unsere FBA-Gebühren berechnen und so weiter. Und wir kommen hier mit einem Klick auch direkt in unser Tool rein. Und zwar zeige ich euch jetzt das erste Tool, und zwar das sogenannte Keyword-Tool. Klicke ich einmal rauf. Es nennt sich Cerebro. Ihr seht schon, wir kommen jetzt wieder hier in den Mitglieder-Bereich. Und jetzt sucht dieses Tool quasi rückwärts nach Keywords, über die dieses Buch hier gekauft wurde. Das ist jetzt noch nicht lange auf dem Markt. Erst seit Oktober 2018. Aber es sind schon Daten hinterlegt. Das heißt, wenn wir jetzt denken, okay, pass auf, passives Einkommen ist eine coole Nische. Was für Keywords werden dann dort gesucht? Oder in welche Bereiche geht das Ganze noch? Dann nutzen wir einmal dieses Tool und haben super Daten hier aufbereitet. Wir sehen einmal, ja, insgesamt hat er uns jetzt hier 34 Keywords rausgeschmissen. Das sind Bücher, die mit diesem Buch hier sehr oft zusammengekauft werden. Wir haben auch nochmal so ein paar Buzzwords, ja, die sehr oft in den Titeln zum Beispiel oder in den Beschreibungstexten dieses Sellers oder dieser Seller in der Nische genutzt werden. Und dann können wir mal runterscrollen und dann seht ihr schon diese ganzen Keywords mit richtig, richtig vielen Daten. Was für Daten haben wir jetzt? Ich möchte euch das Schritt für Schritt mal zeigen. Wir nehmen einfach mal das Keyword passives Einkommen. Das hat ein Search-Volumen, das heißt ein Suchvolumen von 1000 Anfragen im Monat. Okay, dann haben wir Competing Products, das heißt einfach nur, wie viele Produkte in diesem Keyword noch ranken. Das heißt, wie viele, ja, letztendlich Konkurrenten du hast für dieses Keyword. Dann steht hier eine Zahl und diese Zahl sagt aus, wie viele Sales du in einem 8-Tage-Abstand brauchst, um letztendlich zu ranken. Das heißt, um für passives Einkommen auf Nummer 1 zu ranken, brauchst du in einem 8-Tage-Abstand 24 Sales, das heißt jeden Tag 3. Also, dann seid ihr auf Position 1. Und das ist natürlich wertvoll, wenn ich weiß, okay, hier brauche ich 3 Sales am Tag, für Online-Geldverdienen brauche ich nur 1 Sale am Tag. Ja, das schaffe ich, das ist genau das, was ich vorhabe und so weiter. Das heißt, hier könnt ihr schon herausfinden, ob ihr für einige Keywords rankt. Ihr könnt herausfinden, wie viele Suchanfragen das ergibt. Und dieser IQ-Score hier oben ist auch sehr interessant, denn der setzt Suchvolumen und Konkurrenten in ein Verhältnis. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Keyword habt, was extrem viel Suchvolumen hat, kaum Konkurrenten ist es ja für uns ein gutes Zeichen. Und so bilden sie hier diesen Score quasi. Zum Beispiel hier bei The Lodge haben wir einfach mal nur 300 Search-Volumen, 40.000 Produkte, ist dieser Score relativ niedrig. Je höher der wird, desto attraktiver ist das Ganze. Also hier haben wir zum Beispiel 275 Anfragen und nur 104 Konkurrenten, also ist der Score dementsprechend hoch. Was ich an dieser Stelle natürlich dazu sagen muss, diese Daten sind nicht immer zu 100% verlässlich, spielt aber auch nicht so die Rolle. Also ob jetzt hier eine 204 oder eine 207 steht, ist für uns eher irrelevant. Wir wollen eher ein Gefühl dafür bekommen, gerade in der Keyword-Recherche und auch in der Nischen-Recherche, was sind denn die Keywords, die am besten performen, die vielleicht auch einen guten Score haben, sodass wir nicht allzu viele Konkurrenten haben. Wir wollen wissen, wie viel Sales wir brauchen, um dafür zu ranken und so weiter. Und das können wir ja weiterhin haben. Das muss ja nicht alles 100% exakt sein. Was können wir jetzt noch machen? Wir können jetzt hier zum Beispiel weitere Asins reinmachen. Ich gehe jetzt hier einfach mal zurück und nehme jetzt hier ein zweites Buch und dann werdet ihr auch sehen, dort sind dann deutlich mehr Keywords drin. Und wir bekommen nochmal einen deutlich besseren Eindruck dieser Nische. Ich nehme jetzt hier einfach mal Bodo Schäfer schnell rein. Ich denke mal, der hat schon ziemlich viele Daten gesammelt, weil er einfach ziemlich viele Sales hat mit seinem Buch. Und dann werdet ihr gleich sehen, dann haben wir viel, viel mehr als diese 34 Keywords bei der ersten Suchanfrage. Also immer versuchen, Bücher zu wählen, die schon lange am Markt sind und viele Daten gesammelt haben durch viele Sales. So, und jetzt seht ihr, wir haben über 600 Keywords hier drin. Wir können auch wieder filtern hier oben. Wir können sagen, hey, wir wollen nur Keywords für ein bestimmtes Suchvolumen oder mit einem bestimmten Score, der für uns attraktiv ist. Wir wollen Keywords haben, die mindestens drei Wörter haben und so weiter. Damit könnt ihr zum Beispiel Short-Tail und Long-Tail differenzieren. Also hier könnt ihr das Word-Count auf 1 machen, da habt ihr natürlich auch die Short-Tails mit drin und so weiter. Also extrem spannend. Das ist aber nur ein Keyword-Tool, was hier enthalten ist. Das zweite ist mindestens genauso krass und nennt sich Magnet. Magnet funktioniert allerdings auf Keyword-Basis. Das heißt, wenn wir hier eingeben, passives Einkommen, dann sucht ihr quasi alle mit diesem Keyword relevanten Inhalte und Keywords. So, dauert auch wieder ein paar Sekunden und dann seht ihr schon auch hier über 1000 Keywords, die damit was zu tun haben. Natürlich auch welche, die nicht viel Suchvolumen haben. Auch das können wir hier wieder filtern. Wir sehen wieder unsere Hauptkonkurrenten, wir sehen wieder Buzzwords und so weiter. Mega interessant. Auch dieses Tool verwende ich sehr, sehr oft, wenn ich zum Beispiel Keywords suche fürs Backend, wenn ich Nischenrecherche mache und so weiter. Also super spannend. So, was können wir noch so Schönes machen? Und zwar zeige ich euch jetzt mein Lieblingstool. Das ist die sogenannte Blackbox. Und die Blackbox hat mir schon mehrere tausend Euro Nischen gebracht. Was können wir mit der Blackbox machen? Die Blackbox kann für uns Nischen suchen. Und zwar über einen Filter. Zum Beispiel können wir sagen, hey liebe Blackbox, suche uns doch mal ein Buch. Kreide ich das hier an bei Bücher. Wenn du FBA-Styler bist, kannst du auch sagen, hey, ich suche ein Produkt im Bereich Baby oder Auto. Ich mache einfach mal wieder Bücher, suche mir ein Produkt, was hier mindestens oder maximal einen Bestseller-Rang von 5000 hat in Bücher. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr stark. Und wir wollen natürlich alle Self-Publisher mit ihren Fake-Rezensionen ausblenden. Das heißt, wir sagen hier Review-Count machen wir mal maximal 30 Rezensionen und Preis machen wir mindestens auf 8 Euro. Das ist der sogenannte Self-Publishing-Filter. Da sind schon mal die meisten Schrott-Bücher hier draußen. Das heißt, ich habe jetzt hier Nischen, die mir angezeigt werden, in denen keine Self-Publisher mehr oder weniger drin sind, die irgendeinen Bullshit machen. Und da sehen wir schon über 200 Produkte jetzt hier gefunden. Das ist natürlich jetzt auch viel im Bereich Fiction und sowas. Das können wir jetzt auch nochmal eingrenzen, indem wir zum Beispiel sagen, hey, wir wollen ja gar keine Fiction-Bücher haben, sondern wir suchen jetzt einfach mal ein Kochbuch. Machen wir das nochmal und dann habe ich jetzt hier genau 12 Produkte gefunden mit diesem Profil. Kann ich mir anschauen, ob das attraktiv ist und kann die Nischen dann nochmal einzeln anschauen. Was ist jetzt mit den anderen Tools? Wir haben hier noch so ein Trend-Tool. Das ersetzt komplett Google Trends. Also hier können wir zum Beispiel sagen, hey, auf dem deutschen Markt nehmen wir jetzt uns hier wieder unser Immocation-Buch, tragen das hier einmal ein und wollen jetzt schauen, wie sich das die letzten 12 Monate entwickelt hat. Geben hier ein, passives Einkommen, auch nochmal als Keyword. Ihr könnt auch mehrere Sachen eingeben. Und wir wollen uns jetzt einfach mal hier das Pricing anzeigen lassen. Klicken darauf, dann sehen wir einmal die Nachfrage im Zeitverlauf und wie sich der Preis so entwickelt hat. Einfach mal als Test. Und da seht ihr hier rechts Google Trends. Hier links den Preisverlauf. Also auch das funktioniert wunderbar, auch mit verschiedenen Versionen. Was haben wir noch so? Wir haben einmal den Frankenstein. Mit dem Frankenstein können wir uns aus mehreren Wörtern verschiedene Keywords zusammensuchen lassen. Wir können hier auch wieder tausende Sachen einstellen. Ist auch mega spannend. Dann, was ich auch mega spannend finde, ist, dass man hier mit dem Keyword-Tracker verschiedene Produkte quasi observieren kann, beobachten kann. Nehmen wir jetzt mal unser Beispiel eben mit dem Immocation-Buch. Sagen hier, passives Einkommen, Geld verdienen, reich werden. Das Ganze für den deutschen Markt. Start Tracking. Und jetzt kann ich dieses Buch quasi beobachten. Das wird dann hier erscheinen. Und dann kann ich genau sehen, wie das Ranking im Zeitverlauf war. Und so kann ich quasi über einen langen Zeitraum erstmal meine Nischen beobachten. Und natürlich auch potenzielle Nischen. Denn ich habe zum Beispiel eine riesenlange Liste mit Nischen. Die kann ich dort einarbeiten. Und weiß dann in einem Monat, okay, die Nische, die ich vor vier Wochen gefunden habe, die ist noch attraktiv. Die ist nicht mehr attraktiv. Die ist saisonal. Oder da sind neue Konkurrenten hinzugekommen. Oder halt auch nicht. Und so weiter. Also auch das ist ein mega cooles Tool. Absolut unglaublich, was Helium hier an den Start gebracht hat. Was gibt es jetzt noch? Hier gibt es noch so ein paar Listing-Optimizer. Auch hier links unten sind so ein paar Sachen, speziell für Amazon-FBAler. Hier zum Beispiel für Coupon-Geschichten. Dann für Refunds. Das betrifft uns als Amazon-Publisher jetzt nicht. Aber für die Seller im Bereich FBA. Und so ist das wieder sehr, sehr spannend. So, das war im Groben jetzt mal hier der Leistungsumfang. Jetzt fragt ihr euch sicher, okay, wie teuer ist denn jetzt hier der Spaß? Und da können wir jetzt einmal hier raufklicken und uns die Zahlungspläne anschauen. Und ich habe jetzt hier unten schon mal meinen Code eingearbeitet. Ja, das seht ihr auch hier unten. Ja, Nomad Publishing 50. Deswegen wurde jetzt hier alles durch zwei geteilt. Der Ursprungspreis steht immer oben. Also normalerweise kostet dieser Platinum-Plan hier 97 Dollar pro Monat. Ja, mit diesem Code kostet er nur 48,50 im ersten Monat. Wenn ihr Nomad Publishing 10 nehmt, ja, dann könnt ihr 10% Lifetime sparen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr sagt, okay, mir hat jetzt hier ein Tool besonders gut gefallen. Zum Beispiel die Blackbox. Ja, und ich will nur das benutzen. Dann könnt ihr auch einzelne Tools buchen. Auch das funktioniert. Und ihr habt hier auch so einen Freeplan, habe ich euch auch gezeigt. Da könnt ihr auch so ein paar Tools mit testen. Könnt auch hier oben diese Extension benutzen. Und so weiter. Also ich denke mal, das sind sehr, sehr faire Preise. Gerade für Leute, die schon Einkommen generieren durch diese Business-Modelle. Und die einfach sagen, hey, pass auf, ich will das jetzt aufs nächste Level bringen. Ich will davon leben. Und dann macht es absolut Sinn. Für Anfänger, ja, nutzt die Free-Version. Auch die ist ziemlich cool. Und ich denke mal, da werdet ihr auch gut mit auskommen. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Falls ihr dieses Tool kennt, ja, auch gerne eure Erfahrungen mit in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Tom.